Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten wird eilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist der schnelle Raumkreuzer Orion 7. Orion. Hallo. Hey you! What's this? Wir haben keine Flugobjekte. Vielleicht sollte ich mir das mal vorstellen. Kommande mich Lane. Hallo. Hallo. Wir sind die Musik we für die Musik wir wollen. gut wir können in der Bigste Schrift wir wollen. wir können in der Bigste Schrift wir können in der Bigste Schrift Das war's für heute. 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 Das war's für heute.